Aua! Ähm... Muss nicht warten, oder? Ich hab ja keine Blöcke dabei, sonst hätte ich vielleicht mal das Portal zugebaut. Äh, doch da mal Blöcke. Da will ich nicht rein. So. Ha, ich hab's Trecker jetzt, jawoll. Sehr schön. Jetzt können wir hier loslegen. Ich geb mal hier meine Fahrungsbünktchen. Was ist das? Mann, Fitch Draconic Dust ist es okay. Na gut. Ein bisschen mehr wäre nicht auch schön gewesen. Was ist das jetzt? Du hast kein Glück, oder? Äh, nein, ach so nicht. Äh... Draconium Ore. Ich will auf jeden Fall hier ne Quirby aufstellen. Den End so was von... von Leerm Farmen. Äh... Vielleicht brauche ich noch ne zweite Quirby. Das wäre eigentlich auch nicht verkehrt. Ja, ist gut. Okayes Kopf. Massen schlacht. Na wild. Hm. Soll ich mir auch paar Köpfe sagen? Aber Hütte sammeln? Ach, das ist doch egal. Oh, guck mal hier. Wie mach ich das eigentlich? Ich hab keine Ahnung. Okay. Äh... Oh, guck mal da. Ah... Ich hab' nicht ne Frage hängen bleiben. Kann halt nicht ne Frage hängen bleiben. Okay... Jutjut. Hätten wir das auch erledigt. So, das Ei lass ich mal da wo es ist, das werde ich mal holen, wenn ich es brauchen sollte, ja das heißt es hier quasi, hier draconium will ich ganz viel davon haben, ganz 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 viel, ganz ganz viel. Wollen wir mal gucken, dass wir hier echt eine query aufstellen, vielleicht baue ich echt noch eine zweite, das wäre eigentlich nicht verkehrt, das wäre nicht verkehrt. So. So. Ich bin ein bisschen geblieben. Ich bin ein bisschen geblieben. Ich bin ein bisschen geblieben. Okay, okay. Ja, ist gut langsam. Nun geht's. Okay, wir sind nämlich fertig. Wir sind fertig hier. Erstmal. Ich baue natürlich noch die Kirby auf. Ich frage mal, ob wir das zum rote Schweinchen noch haben. Okay. Oh. Wo ist denn die? Da. Platz worden. Okay. Ähm. Schleichen. Rechtsklick. Neu. End. Und. Ja. Ich weiß gar nicht, wofür das Schloss gut ist. Keine Ahnung. Ich mache es aber zu. Das heißt, es bleibt wahrscheinlich gespeichert oder so. Ähm. Dann haut er schon hin. So. Ab nach Hause. Drakonika. Jawohl. anch. Da haben alle 5 Minuten. Aber noch. Schön. Und die kann man immer noch einfach brennen, ne. Ja. Genau. Einfach brennen. Und dann hat man. Drakonik. Hä? Das kann nicht stimmen hier, Alois Melder. Das ist wieder ein Bug, oder? Da waren ja vorhin schon zwei. Ja, jetzt steht zwei da. Das muss ich aber ausprobieren. Die ist ja gar nicht übersetzt, verdammt. Oh, aber nicht mehr lange. Wollen wir raus. Raus. Eins rein. Eins. Also das Alois geht schon mal nicht. Furness. Auch nur eins raus. Das ist dann ein Fehler. Okay. 47, 47, 47. Ah ja, wieder auf Alois, genau. Okay. Gut. Ähm. Hier, du schmilzt das hier mal durch. Zwingen hat. Da kümmern wir uns später drum. Probier weg. So. Okay. Bauen wir noch mal zweite Ender Query. Wäre nicht verkehrt. Ender Query. Genau. Wir brauchen. Okay. Machen wir mal so. Ender Query. Machen wir mal ein bisschen davon. Ehm. Burnt Quarz. Quarz. Burnt Quarz. Burnt Quarz. Auch mal so ein bisschen von. Bauen. Ja komm. Mach einfach mal die. Das ist doch wurscht. Ja. Zack. So. Okay. Was machen wir noch? Ähm. Burnt Quarz. Das machen. Die habe ich schon. Oh. 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 Lava. 1. Lava 1. Ähm. Bokkech. Eine Lava 1. Wasser. Eine Lava. Eine Lava. Eine Lava. 1, 2, 2 hätten gereicht, ok, 1, 2, 1, Wasser, Lava, ne, komm, Lava, Wasser, Ende, Ende, Perfekt. So, dann brauchen wir eine Diamanthacke, den Guantquard, ein Dichter, haben wir Endercore, Achtung meine, das war ja auch noch so, Magical Wood war ja das Problem. Man konnte doch auch verzaubertes Zeug nehmen fürs Magical Wood. Gold. Wo? Ok. Ähm. Bookshelf. Jetzt ernsthaft? Ja, ich, geht doch, doch. Mach mal. Okay. Ähm. So, haben wir mal ein Stack gemacht. Ok. Gold. Gold in den Ecken. Book. Bookshelf. Hier hin. Ok. Iron. Geht das eigentlich mit Verzaubertem Zeug? Ja, geht. Ohne Revier, ne? Aber ist egal, ich mach einfach mal das ganze verzauberte Zeug hier. Zauberte Schaufeln. Hm. Ja, dafür ist das dann doch noch zu gebrauchen. Ja, Schaufel. Ah, jetzt brauche ich euch mal wieder. Ah, das ist richtig. Schaufel. Ohne Revier. Schaufel. Okay. Mh. 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 vielleicht noch so eine Menge verzauertes Zeug so 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 lede kippchen so weiter die da die da